Abi ist mir real. Ich wusste jetzt bis zum Ende lang hier und dann... Ich hasse es nur zu spielen, aber ich möchte das unbedingt eine Blutwäscher schaffen, um alle fit zu erwischen. Gehe ich noch nicht mehr. Warum geht's jetzt im Schrank? Ähm, was kommt denn? Und 3, 2, 1... Du, komm mal mit. Ja, nehm ich fertig. So, jetzt nur noch warten, bis die Hälfte der Zeit vorbei ist vom Endgame. Bis der Zeit mal bis der Hälfte abgelaufen ist. Und dann hoffe ich mal, dass es ausreichend mit der Zeit. Ich kann ja mal probieren, ob ich noch die erschlagen kann. Dann müssen wir vielleicht die andere schnell hochheben. Ähm, ich kann das gleich hören. Okay, nehm ich nicht. Sag mal, isst du das? Das gehört mir. Lässt du die Kräfte davon? Wir haben Corona. Hier ist nicht zu lang fassend. Und du bleibst hin. Und jetzt... Nehmst du die Finger davon? Geht mir... Okay, dann nehm die... Dann nehm ich ja die blaue Haare. Die in Farb doch gefallen ist. Ich meine, ganz ehrlich, wer macht die Haare so extrem blau? Ich hab zwar auch blaue Haare gehabt, aber nicht so. Du, komm mal mit. Ich glaub, das reicht mit der Zeit. Ich glaub, das reicht. Ich glaub, das reicht. Ich glaub, das reicht. Nehmen wir lieber Magen und hoffen mal, dass die jetzt so schnell die Milch abhängt. Ja. Gutwächter ist aktiv. So, die Zeit läuft ab. Ähm... Ja. Schon fast ne Viertel Minute um? Äh... Doch, ne Viertel Minute. Komm, bitte, bitte, bitte! Ja! Ah! Ah, jetzt hoffen, dass es klappt! Einer hat noch Victor getreten. Fuck, ist es hier. Ja, Leute! Ähm... Habt ihr euch noch irgendwas vor? Braucht ihr noch einen Tee trinken oder irgendwas? Warum geht ihr nicht raus? Ähm, die Zeit läuft. Leute, geht einfach raus! Drei Viertel Minute noch. Äh, ne Viertel Minute noch. Äh... Ja, ähm... Ja. Äh... Soll ich euch noch was mitbringen? Bisschen Kaffee und Kuchen. Und teilt bitte Corona-Abstand. Ihr habt keine Masken auf. Es sind keine 1,50 Meter. Oh, Mann! Oh, Mann! Ja, Mann! Ah, nice! Hat geklappt! Super! Super! Ah, nice! Die Runde war für mich Müll. Wie gesagt, ich hab nur 2 Leute am Hacken bekommen. Aber... Ja. Ich glaube, das Ende werde ich reinschneiden. Und als extra kleines Video hochladen. Weil... Ich finde das einfach nice. Es macht irgendwie Spaß. Es ist irgendwie lustig, wenn du dann auf einmal... Weißt du, die zerstören den Killer und auf einmal wenn du drinnen weg geht. Aber... Ja. Krieger hat dafür keine Punkte. Aber nice! Und du glaubst, die immer grund. Wir brauchen Planung. Dass du keren was? Werst дальше Oreo. Lehrer? Beleg! Vielen Dank.